Er ist clever. Das Rätsel ist so gut wie gelöst. Er ist charmant. Der Mann ist ein echter Schwerenöter. Er ist Frankreichs beliebtester Meisterdieb. Lüppel! Na, wer sonst? Pro 7 Max zeigt vier Filme der Lupin The Third Reihe. Ja, jetzt wird's richtig interessant. Deine Anime Night. Immer freitags ab 20.15 Uhr auf Pro 7 Max.